Ich muss auf Eddys SMS antworten. Was schreib ich ihr? Schick ihr ein Emoji. Okay. Hey, Alex schreibt! Grünes Licht für mehr! Wuhu! Wer? Ich? Was macht er da? Er macht das falsche Gesicht! Was ist das? Ich muss mein Handy reparieren lassen. Drei beste Freunde. Wenn Alex sein Handy löscht, wird unsere ganze Welt vernichtet. Ein großes Abenteuer. Aber ich bring das wieder an den Ort noch nicht. Emoji, der Film. Jetzt bei On Demand. Ich? Unvermögen, das ist vielleicht einfach für die Sache, Ich?